Hallo, er hat es zerstört, Rekor, er hat es zerstört. Wie lange spielst du denn schon Schlagzeug? Schlagzeug? Seitdem ich 12 bin, also seit 16 Jahren. Wie lange hast du die Bassdrum schon? Seitdem ich 18 bin, also seit genau 10 Jahren, also jetzt wird es 10. Und wie viel Zoll hat die? 21! Ich habe 20 gekauft, ich dachte 21, aber eigentlich ist es 22. 21 gibt es gar nicht. Es gibt ja 20 Zoll, aber wir saßen ja und haben was ausgerechnet. Ja, nein, es gibt ja 21 Zoll für eine neue Sonderanfertigung. Das kriegst du nicht als Standardmaß.